Wir können da zwei Eisentrote auf beiden Seiten, äh drei Eisentrote auf beiden Seiten hinsetzen oder so, dann können wir das verkaufen. Ja, ne, sogar noch Sparktot und so weiter. Okay, ich habe... Sind das Moser? Nein, da sind Plasius. Ganz viel. Oh Gott, Alter. Okay, das könnte sein. Yo, guckt euch jetzt den Scream an. Das wird ne Fight. Ich weiß nicht, ob ich das überleben werde. Okay, ich werd's nicht überleben und ich bugge fest. Oh Gott, ich brauche Hilfe. Oh Gott, ich brauche Hilfe. Oh Gott, ich brauche Hilfe. Das war ein Fehler, das war ein Fehler. Hau ab, hau ab. Du bist... Warum sind da so viel Plasius? Ich weiß aber, wo das ist. Wir müssen den Sattel looten, Leute. Kann einer mit dem Dings vorbeikommen? Gehen wir einfach weg, Arme. Geht nicht, geht nicht. Ich bin surrounded von allen Seiten. Du kommst raus. Ja, ich komm raus, aber oh, oh, shit. Bist du gestorben? Nein, nein. Ja, ich... Der Dings ist gestorben. Antimate. Alter, guck dir das mal an. Was ist denn das, ey? Bullshit. Drei Chinesen mit dem Kontra, was? Sie kamen ein bisschen zu viel. Ja, okay. Vergiss nicht. Friss den Sattel rum. Warum sind da so viele Plasius? Wie viele Zitas? Alter, was? Was? Kannst du nachgucken, welche Level die sind? Ja, ich... Guck mal. Ich bleib bei ihm stehen und guck mal nach, oder? Alter Schwede. Das Schwede. Alter Schwede. Wo bist du? Boah, was geht bei dir ab? Hör. Töger. Hör. Hör. Vielen Dank.